Kartoffelchips, Brot, Zigaretten. 11 Euro, 20 Euro. Ade! Tada! Hey Siri, ruf meinen Freund an. Dein Freund Marc? Dein Freund Marc wird angerufen. Ja? Hey Schatz. Viel Erfolg beim Bewerbungsgespräch. Danke. Silvester 2014. Party bei Marc. Lol. 23 Likes. Ah, wir können auch ohne Spaß Alkohol haben. Hashtag feuchter Abend. Okay. Tschüss. Whom? Weiter. Okay. Wie? Hallo. 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 Hallo.